Alles klar, Bibel klar! Alles klar, Bibel klar! Meine Krux mit dem Gesetz, da wird es für mich, je mehr ich darüber nachdenke, desto interessanter und spannender. Um dann auch einen Blick zu werfen, nur auf die Grundlagen, die Grundsituation, dann kann ich die Frage stellen, die von Gott in der Bibel eindeutig vorgegebenen Gesetze, wo kommen die her? Ja, ist das denn gegeben von einem Teufel für uns? Nein, natürlich nicht, im Gegenteil! Gott hat uns seine Gesetze gegeben. Dann wird eingewandt, oh, nur im Alten Testament, im Neuen Testament haben wir keine Gesetze, das sind wir ganz frei. Das ist wieder diese Täuschung von diesem Missverstehen, wo ich so geneigt bin, biblische Tatsachen, Wahrheiten anders aufzufassen, als wie sie hier eindeutig stehen. Gott liebt seine Gesetze. Ja, aber liebe ich sie? Eigentlich nicht. Mein Fleisch sagt, da fühle ich mich eingegrenzt. Um was geht es im Grunde? Im Grunde geht es natürlich um die Liebe. Und Gottes Liebe hat sich entschieden, ich gebrauche Gesetze, damit ich den Menschen zeigen kann und unter Beweis stellen kann, wie lieb habt ihr mich oder wie sehr liebt ihr euch selbst. Das ist der Knackpunkt, denke ich mir. Mein großes Liebesverständnis zielt natürlich immer darauf ab, es muss ja aus meiner Freiwilligkeit sein, aus mir heraus. Nun, wenn irgendjemand oder wenn Gott mir käme und sagt, Matthias, du musst mich lieb haben, das ist mein Gesetz für dich. Oh, dann empört sich gleich alles in mir, weil ein Muss dabei steht. Selbst wenn die Gerechtigkeit dann ganz logisch auch dazufügen würde, ja, du musst Gott lieb haben, weil er ist so arg liebenswert. Er ist so gut, dass es eigentlich gar keine andere Resonanz von deiner Seite als Mensch gibt, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit allen deinen Kräften, mit deinem ganzen Wesen. Sollte es nichts anderes geben. Doch nun ist da dieser wurmstichige kleine Matthias, der erwidert, aber wenn ich es muss und ich es nicht von meiner Freiwilligkeit abhängig mache, ja, dann ist es erzwungen. Und was erzwungen ist, das ist keine Liebe. Und deswegen sagt mir auch mein Stolz, ich möchte selber entscheiden, wen oder was oder wie ich lieb habe, in welchem Maße. Das ist meine Sache, weil meine Liebe gehört sozusagen, meine Liebesfähigkeit, das gehört doch mir. Und ich gebe mein Herz doch nur dem, wo ich von mir aus möchte. Und da sehe ich, kommt wieder diese Krux, diese Problematik, dieses Seelenschmerz. Was mache ich? Wie reagiere ich? Wie hantiere ich dieses Gesetz, was doch eigentlich von mir selbst heraus, von meinem innersten Wesen, nichts anderes vorhanden sein sollte, als nur, mein Gott, ich vergehe vor Sehnsucht nach dir, nach dem Austausch mit dir, nach der Liebesverbundenheit mit dir. Nichts, nichts ist mir so viel wert. Das ist doch wunderbar. So bin ich aufgestellt, so bin ich innerlich fokussiert auf diesen Gott. Und dann findet sich heraus, wenn ich es nur als Gesetz verstehe. Halt, halt, halt. Oh, ich gebe euch nur eine Gesetzesbürde, damit ihr sozusagen in eine Gefängniszelle hineinkommt, wo ihr dann nur lernen sollt, dass euer Gemüt mitten zwischen diesem Gitterwerk der Gebote und Satzung, euer Gemüt muss so frei wie ein Vogel innerlich im Glauben, in irgendwelchen Freiheitsempfindungen sich gut fühlen, angenehm sein. In Wirklichkeit, ihr hängt fest mit der Konfrontation. Ich will kein Gefängnis. Ich will keine Reglementierung. Ich will die wirklich echte Freiheit. Oh, ich soll Gott lieb haben und natürlich auch das, was ihm lieb ist. Aber jetzt muss ich zu meinem Schrecken entdecken, dass genau diese hochheiligen Anforderungen mich in den Schatten stellen meiner Unfähigkeit, meines eigenen Bankrotts. Ich kann die Gesetze Gottes nicht halten, weil ich sie gar nicht liebe, weil sie mir ja zeigen, wie verkehrt, verdreht, verirrt, stolz, voll von mir selbst, wie bin ich denn gesinnt? Oh, schließlich wird genau das Gesetz Gottes meine Feindseligkeit gegenüber seiner Heiligkeit, seiner Liebe, seiner Wahrhaftigkeit, das wird es hervorbringen. Dann ist genau das Gute, Vorteilhafte für mich etwas Inakzeptables, wo ich einen Kampf, einen Streit habe. Denn wie geht es mir als stolzem Egoisten? Ich liebe nur die Dinge oder diejenigen, die mir Vorteile verschaffen, sodass ich mehr glänzen kann, sodass ich gestreichelt werde, sodass man mir weihreuchtern könnte. Ja, das gefiel in meinem Fleisch nur zu gut. Jetzt kommt Gott und er kommt mit einer Katastrophe für mein Ego-Wesen. Ja, und dann prangert sein Gesetz mein Zustand noch an. Ja, wie geht es mir damit? Ja, was mache ich damit? Möchte ich dann vielleicht sagen, ach ja, der liebe Gott ist so einer der gebieteten Haufen Dinge, aber in Wirklichkeit nimmt er das alles gar nicht so ernst. Der drückt doch alle Augen zu. Der lässt alle siegen gerade sein. Der hat das nur so als Drohung in die Welt gesetzt, so damit er uns ein bisschen einschüchtern kann. Ansonsten sagt er, ach Kinderchen, ich habe euch doch so lieb. Meine Gebote und Gesetze, die zählen doch gar nicht. Wie bitte? Was wäre das für eine Minderachtung, eine absolute Frechheit dem Gesetzesgeber gegenüber, um seine Gebote so mal wertlos zu achten? Braucht er nicht erfüllen. Meine ich doch gar nicht so. Ich habe doch für euch was ganz anderes im Sinn, dass ihr ganz gesetzlos gelöst in der Riesenfreiheit machen und tun und lassen könnt, was immer euch gefällt. Ist das ein Prinzip der Bibel? Finde ich das hier in der Heiligen Schrift? Oh nein! Für mein natürliches Sinn und Trachten finde ich hier eine Aufdeckung meiner Unmöglichkeit, mit Gott zu Gefallen und einen Zuchtmeister, einen strafenden, züchtigenden Erzieher, der mich hinbringen muss zu meinem eigenen Bankrott. Und dann, wie geht es denn weiter? Dann kommt die Erfüllung des Gesetzes in mein Leben. Kommt, wie geht es denn weiter? Okay, ja, ja. Ich gehe die Erfüllung des Gesetzes in mein Leben.